Du willst keine Storys mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Im Arm aus der Nation bist du hier. Und du kommst mit Fugatti-Schuhen, die hab ich bestimmt schon wieder bezahlt, bei meiner Provision oder nicht? Von meiner letzten Bestellung hab ich die gekauft. Hast du auch? Bei der letzten Bestellung kannst du mal ruhig gehen mit TV-Hung die schon wieder wagen. Mit Knie, boah, mit Haarsnötigeschen, mit Dütjes und Döckigeschen, da war ich schon wieder 5.000 Euro. Das ist schon wieder so lange her. So lange her war letzte Woche. Morgen erst mal. Nach dem Spiel wird dann gedüngt. Du bist doch ruhig. Du bist die ausgeklickte Person überhaupt. Da hin! Oh, komm Annelie! Ist abgebrochen. Und wieviel schmeißt das da hin einfach und dann ist das erledigt. Und wer schuld, kannst du dir wieder vorstellen, ne? Da sitzt ja noch nirgendwo. Merkst du auch gleich, dass es weicher wird? Richtige Daumenbettdecke, ne? Ja, Daumenbettdecke. Kennst du Daumenbettdecke? Boah, warte, warte, warte. Was für eine Bettdecke? Eine Daumenbettdecke. Leck mich am Arsch. Heiter Schlaßsand oder Bärsand? Deine Hirnzellen, ich weiß das. Das ist mittels Monat. Die haben wirklich noch nicht viel Geld gekriegt. Können wir nicht mehr machen? Oder soll ich mit der Hirnzellen Pippi machen, oder was? Das ist ja noch nicht viel Geld. Das ist ja noch nicht, was ist! Ich habe in der bottigende Sprecher. Das ist ja noch nicht viel Geld. Das ist ja, ich bin da. Das ist ja noch nicht sehr gut. Ich bin da. Bis zumal. Das ist ja noch nicht. Und da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017